Samstagabend, ihr Schnittchen. Trash Night mit dem Hardy. Und mir den Bram. Und wir spielen Warrock, weil ihr es euch alle gewünscht habt. Und ganz ehrlich, alle, die sich gewünscht haben, die wirklich nicht auf die Fresse hauen. Das muss man einfach mal sagen. Also das Spiel ist ja von Nexon und Nexon ist der mit Abstand inkompetenteste, ja, Hersteller von Free2Play-Speckeln, die ich kenne. Was das für ein Krampf ist, bis man mal das Spiel gespielt hat. Sind die die Hersteller oder sind die quasi nur die Publisher? Das ist mir scheißegal. Auf jeden Fall ist Nexon der präsentierende Name. Die können nix, können die. Und Hardy und ich sind uns jetzt schon einig, unabhängig wie geil das Spiel sein wird. Das kriegt absoluter Bullshit, man bekommt das nicht. Ich hab gesagt, das Spiel kann maximal absoluter Bullshit erreichen. Ja, oder so. Da gibt ja noch einen drunter. Da muss er sich jetzt verdienen, den Titel schlechter verdienen. So, wie heißt du denn? Ich heiße Hardilein1989. Hardilein1989. Da bist du. Kann ich jetzt irgendwas mit dir machen? Ja, ich hab dich gefunden. Du hast mich gefunden. Ja, und jetzt? Ja, und jetzt? Jetzt will ich dich gern einladen. Du bist ja im Lobby. Ja, das ist ja schön. Ja. Boah. Okay. Gibt's keine. Ach scheißer Friendlist, Alter. Ich seh hier, äh, Only Engineer, bla bla, UFO. UFO seh ich nicht. Doch, da, UFO ist null. Ja, warte. Müssen wir mal gucken, ob wir auch einen Server finden. Alter, gibt es nur 14 Server oder wie seh ich das hier? Ja, und wer wundert das? Ey, ohne Schwass. Kommt ihr mal in die Grabschwohrfläche an. Ja, unten. Play Spurs. 14 von 16 sind da drauf. Was? Wo? Welche Nummer? Hier unten, Nummer 13. Was ist da? Biolab ist das. Wie join ich den denn? Ja, Doppelklick oder nicht? Dann passiert aber nichts. Warte. Ach nee, wir können nur denen joinen, die weiß sind. Ah, cool. Also wenn wir die neuen, die Comedia. Ja, lass mal den Bikini nehmen. Ah, der Bikini? Alles klar. Ja, jetzt ist er voll. Also ich bin drauf. Geht's? Komm, komm rein. Ja, ich warte. Ja, ja, ich komme. Da, jetzt sind wir beide da. Schlange an einem Team. Schlange. Oh, Spaß, ey. Wie ich ihn nennen wollte, ging alles nicht. Oh, hier, fertig. Boah, komm, Mourinho Master. Gib mal Gas, Junge. Mal auf Ready gedrückt. Kann ja wohl nicht wahr sein, dass er so lange hier dauert. Boah, ohne Spaß. Ich krieg schon Kopfschmerzen. Ich hätt' dir lieber Bella sagen. Du wurdest aus dem Spiel gezwungen. Was? Ich bin rausgeschmissen worden. Alter. Hier, dann Raum 5, Christina. Christina? Ja. Ne, da sind nur zwei von acht drauf. Ja, Ah, was soll ich... Ja, gibt keine guten... Du musst noch ein bisschen gucken. Doch, hier, Nummer 9. Nicomedia. Ja, boah, da sind drei von acht drauf, weil du bist ein Held, ey. Ja egal, mit uns sind fünf von acht drauf. Und ein Passwort geschützt. Ach, komm, leck mich doch am Arsch, hier. Ja, komm. Da, N, N. Ja, komm. Dein Level ist unpassend. Dein Level ist unpassend. Dein Level ist unpassend. Dein Level ist unpassend. Ja, komm. Da, Trond, Trond, Jelingsch. Ja, ey, toll, jetzt komm ich da nicht mehr drauf. Da, die drei Smoking, Alter, der ist jetzt auch wieder weit. Ey, das ist... Ey, kennst du diese Spiele, wo du so einen Hammer in der Hand hast und auf diese Maulwürfel schlockst? Musst du mal auf so Löchern rausgucken. Genauso fühl' ich mich gerade. Boah, ist das traurig, Ulsch, man. Alles klar, vielen Dank für Zuschauer. Ja, nee, lass mal in Nummer 10. Soll ich einfach einen Raum aufmachen? 10, mach 10. 10, 10, 10, alles klar. Das passt noch drauf, du Lutscher, immer noch. Geil. Ah ja. Alter. Komm, ich mal einen Raum auf. Ja, mach mal einen Raum auf. So. Ja, komm, Maximalspieler, ja, okay. So, der heißt... Lass uns Warrock spielen. So heißt der. Okay, ich seh den aber noch nicht. Ja, warum denn nicht? Das kann ich dir nicht sagen. Ey, willst du mir jetzt erzählen, mehr Server als die 14 Behinderten gibt es nicht oder wie sieht das aus? Ah, ne, guck mal, man kann oben rechts auf Nächste drücken. Aber geil. Okay. Was haben wir denn da noch, ne? 44. Ne, das Passwort drauf. 45. Tja, da ist auch ein Passwort drauf. Da! Deathmatch. Das gelbe. Nummer! All. Äh, 64. So, sind wir wieder? Dann ist das Spiel natürlich gleich abgeschissen. Ohne Spaß. So, bist du denn jetzt drauf? Ja. Ach, fick doch deine Mutti, ey, ganz ehrlich. Kann ich gar nicht, aber Medic, Sniper, kann ich auch nehmen. Assault nehme ich jetzt mal. So, go, yo. Ohne, wenn ich hier nochmal spiele ich bin eigentlich. Weil das Stück gar nicht laut bei mir ist oder so. Sound. So, wo ist denn der Schlangenpimmel? Ah, du bist ein Ding. So, mein Gott, ey, immer noch nicht geschafft zu spielen. Leck mal auf die Eier. Weil wenn man den Sound anpasst, dann sagt er einfach hier, bla bla, wir müssen den Grafik noch laden. Kurz aus, um nochmal mit dem Spiel zu join. So, Jungs und Mädels. Na komm. Ja, klar. Ja, komm, hier. Alles klar. Alles klar, ich bin gesnackt worden. Bist du jetzt wieder am Aufnehmen? Ja, aber jetzt wird das Spiel mega leise. Moment, das Spiel muss ich jetzt ein Stück lauter machen? Und davon muss ich jetzt die Aufnahme kurz beenden, damit das Spiel nicht abscheißt. Alles klar. Oh Spaß, das ist jetzt der traurige Abgrund der Sommergeschichte. Hahahaha. Hahahaha. Alter, ohne Spaß. Was habe ich für eine KD? 1,10, Junge. Weil man hier so übel gespawned kämpft wird einfach nur. Das ist der Wahnsinn. Da machst du gar nichts gegen. Ja, da machst du echt nichts gegen. Jetzt mal ganz im Ernst. Das Spiel, ey, ohne Witz, warum spielt man so eine Kotze? Kannst du das mal verraten? Keine Ahnung. Das ist wie, als wenn ich in eine Ecke kotze, ja? Und da irgendwie noch ein Blümchen rein stelle, oder? Das ist noch schöner anzusehen als die Wichse hier. Alter, oh Spaß. Ich glaube, da wäre die kürzeste Trashheit jemals. Das tut mir furchtbar leid, ja? Aber dazu kann ich mir echt nicht lange geben. Ich habe mir jetzt schon die Meinung gemacht, dass das schlechter als Wurf Team sein wird. Ganz ehrlich, wir haben übrigens einen Hater gehabt, ja, letztes Mal. Von wegen, wir würden ja nur nach Grafik bewerten. Alles, was eine scheiß Grafik hat, kriegt von uns irgendwie absoluter Bullshit und so weiter, ja? Da denke ich mir ganz ehrlich, Junge. Das Spiel hier, ja, hat auch keine Premium Grafik, aber das Spiel kriegt berechtigterweise absolute Scheiße, Junge. Boah, ich, ohne Spaß, das Spiel ist so kacke. Wir haben jetzt noch nicht lange gespielt, wa? Alter, ich werde hier gekillt. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Alter, ich werde auch den Typen haben. Da, guck mal da, ich habe jetzt hier noch einen Raketenwerfer. So, ich habe 1,13. Habe ich es jetzt geschafft, einen Kill zu machen? Ja, war ein Lackerschotter, oder was? Ja, weil die hier auch nur am Spawncampen sind. Boah, ich habe einen zweiten Kill gemacht, Junge. Mit dem Raketenwerfer rum. Also, ich habe das Gefühl, Nexon hat die behindertsten Games ever im Arsch. Ja, Nexon, also muss ich sagen, Nexon kann das nicht. Ne, also jetzt mal ganz im Ernst, Nexon, was für eine Scheiße, Junge, was für eine Scheiße hast. Ich frage mich, wie kann man denn seine Freizeit mit solchen Hurengames verbringen? Ich meine, nichts gegen zocken oder so, weißt du, aber so eine Scheiße zu spielen, ja? Alter, ganz ehrlich, spielt lieber Wolf Team, das macht noch mehr Spaß als die Scheiße, ja. Boah, Alter, ohne Spaß, das ist so unfassbar schlecht. Warum gibt es das? Weißt du, ohne Spaß, da kann man doch keiner erzählen, dass die Entwickler irgendwie Spaß dabei hatten, da zu programmieren. Ne, also ganz ehrlich, das muss ein Haufen von inkompetenten Mongos zusammen programmiert haben. Ja, oh, man kann von der Leiter aus nicht schießen, Hadi bei so weit. Alter, ich kriege, ich habe das Gefühl, ich werde hier auch die ganze Zeit gefickt bis zum Gehtnichtmehr. Also ich halte auch viel weniger aus als die anderen. Wahrscheinlich hat man ja auch voll die Premium Waffen. Ey, ohne Spaß, wir müssen auf jeden Fall noch abklären, ob es hier Pay2Win gibt. Was ich mir bei so einem Kotz-Game allerdings vorstellen kann. Ja, weil da wartest du denn bitte? Klar, ihr habt hier Pay2Win. Boah, ich habe einen Schlangenpimler eingetötet, so sieht er aus. Aber geil, Mann. Wie rennen die eigentlich, die Nutten? Ah, ist klar, ich bin wegge... keine Ahnung, irgendwas geworden. Mit einer Pistole auf eine unfassbare Distanz aber weggeweckt. Alter, ich mache denen nicht mal Schaden mit der Sniper. Ohne Spaß, Junge. Ja, aber da werde ich wieder von oben beballert, ey. Ey, ganz ehrlich. Das Spiel ist schlecht. Nee, da fällt mir nicht mal mehr was zu ein, Junge. Da fällt mir nicht mal mehr was zu ein. Boah, das Spiel kann so wenig, ja. Ich hole einen Spaß. Was... Ja, mittlerweile ist man ja ein bisschen abgehattet durch die vielen Tage, weil das echt das Unterste war. Ich bin... Meine Gamer-Ogen sind noch nie so beleidigt worden. Ja, aber was heißt Gamer-Ogen? Ich meine, wir haben schon Spiele mit schlechterer Grafik gespielt und die für absolut besser befunden als so eine Scheiße hier. Weißt du, ganz ehrlich. Was ist... Ganz... Ohne Spaß. Wie kann man denn solche behinderten, asozialen Maps bauen, wo man nur gespawned kämpft wird? Oder gespawned-raped oder gespawned-fickt? Das ist mir egal, wie man das nennt. Weißt du, aber ich lauf hier raus und krieg sofort nen Headshot, ey. Weißt du, ganz ehrlich, ich hab das Gefühl, als wenn die Ersteller, weißt du, die Programmierer, ja, ey, ohne Witz, dass die die letzten Crack-Nutten von der Straße geholt haben, denen bisher ein Programmieren beigebracht haben und sagt, für euren nächsten Schuss, ja, müsst ihr hier das Spiel programmieren. Ohne Witz, ey. Weißt du, so viel Liebe haben die in das Spiel reingesteckt, ey. Alter, ich meine, gut, entschuldige mich, ich will jetzt nicht hier auf Drogensüchtige, die davon wegkommen wollen. Ja, schön. Ja, ich weiß, es ist schlimm, aber ganz ehrlich, dass haben die die letzten Crack-Nutten hier zusammengefriedert in das Spiel. Kann einfach nicht wahr sein, ey. Alter, das... Das ist der Hammer. Warum spielen das, Leute? Kann ich auch nicht nachvollziehen. Was hab ich denn überhaupt für ne KD? Ich möchte natürlich noch mal kurz darauf hinweisen, wenn ihr mit uns übereinstimmt, gerne einen Daumen hoch geben könnten, weil ihr anderer Meinung seid, ja. Ihr dann, äh, von uns aus geblockiert werdet, für immer. Ich wollte grad sagen, alle, die einen Daumen runter geben, werden auf jeden Fall gebannt. Nein, Spaß. Nein. Auf jeden Fall, weil... Guck mal, Junge! Ey, ich war jetzt mal ganz ähnlich, Alter. Was ist denn das für ne Scheiße? Ich hab das Gefühl, die brauchen zwei Schüsse, um mich zu killen, ja. Und ich brauch mein ganzes Magazin, ey. Ich hab grad einen niedergekrippelt mit meinen Fäusten. Ja, ha, ha, ha. Lass mich mal mal an, Junge. Boah, lass mich doch spawnen, ey. Oh, Spaß. Ich sag mal, die Trash Night, ja. Wenn ich einen Zusammenschnitt machen würde, nur aus der Zeit, wo ich hier im Todesbalken bin, ja, dann wäre das wahrscheinlich fast so lang wie die komplette Trash Night. Also, ich hab 3,21. Also jetzt mal ganz im Ernst, ne. Ich hab, ich hab ja wirklich schon viele Ego-Shooter gespielt, ja. So, da sind wir wieder, weil es der Premium-Spiel hab ich einfach rausgeschmissen, weil hier ist ja, wenn man irgendwo drauf drückt, ja, dann fick dich das in den Arsch, ey. Ja, wollte ich gerade noch sagen, weil ich hab ja viele Ego-Shooter gespielt und ich war in keinem Ego-Shooter jemals so schlecht wie hier. Und ich, das entschuldige bitte, aber das liegt 100%ig am Gameplay. Das Spiel ist einfach nur so behindert. Ich meine, okay, ich will, nein, nein, warte, ich will nicht das Spiel dafür verantwortlich machen, dass ich schlecht war, aber das Spiel ist trotzdem einfach scheiße. Das stimmt. Also, beschissener geht's. Also, ein Sauber machen wir jetzt noch. Ja, ausnahmsweise. Ein. Ja, 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 ist okay. Also, nur ein. Ja, machen wir. Also, hier, von wegen Trash Night, wir haben jetzt irgendwie 13 Minuten aufgenommen und so weiter, das gebe ich mir noch und dann habt ihr Pech gehabt. Ja, tut mir furchtbar leid. Aber es ist das schlechteste Spiel, mit Abstand das schlechteste Spiel, weil ich bis jetzt jemals in der Trash Night gespielt hab, ja. Das ist, da muss eigentlich schlechter als Warrock für einführen, ja. Ja, das ist das absolut mieseste Game, was ich kenne. So. Ohne Spaß, da hat Nexon mal wieder richtig einen rausgehauen, ja. Richtiges Premium-Spiel, ja. Ohne Spaß, weißt du, da sitzen da irgendwelche kleinen, komischen Fucker, ja, mit ihren sechs Fingern, weißt du. Geht so. Ja, und dann redet mit der Tastatur rum, weil da bei einer rumkommt, ja. Da scheißen wir doch mal drauf, da hast du Warrock. Das ist doch echt so kotzen. Komm, mach mal Server 146. Das ist so traurig, dass so viele gibt, ey. 146, Jürgen. Ja, ist okay. Ich will auch kurz abholen. So, da sind wir da. Alter Vater. Ohne Spaß, ey. Warum? Warum gibt manche Spiele, frage ich mich, warum gibt die? Oh ja. Kann ich denn nicht mitspielen? Wie, warum kannst du nicht mitspielen? Ja, ich darf nicht mitspielen. Du bist doch drin. Ja, ich, weil das rundenmäßig ist. Ach so. Ohne Spaß, guck dich mal, wie geil das aussieht, ey. Aber ohne Spaß, die Grafik ist nicht immer das Schlimmste daran, ja. Das ist einfach scheiße, das Spiel. Komm, ich guck jetzt mal dem iHeroNL zu. Mal sehen, was der so kann. Ja, okay, komm, dann guck ich auch zu. Guck mal, wie er zielt, ey. Ah, okay, alles klar. Alles klar, ich hab jetzt hier meine Sniper. Ja, ich kenn ja auch ein paar Lutschern hier. Ich kenn die Map natürlich jetzt mal überhaupt nicht hier. Ja, ich auch nicht. Aber ich renne jetzt einfach mal rein und rotz was weg. Ach so, ich bin tot. Ja, ich bin auch tot. Das Spiel. Moa, kann das Spiel wenig. Das kann echt gar nix. Das Spiel kann wenig und das kann in vier, Junge. Ohne Spaß, ja. Wenn ich mir ein Sonnenball auf der Eichel zuhole, ja. Und dann davon die Haut abpelle. Ja, das ist immer noch ein angenehmeres Gefühl, als das Spiel zu spielen. Das ist echt das Letzte. Das ist eine Beleidigung für jeden Gamer. Ja, weißt du, es ist mir egal, wenn jetzt irgendwelche Fans kommen. Ja, ihr müsst das Spiel ein bisschen Zeit geben, ja. Ja, genau. Ohne Spaß, da, da, ganz ehrlich, da, keine Ahnung. Da hau ich mir lieber den Pimmel ab, ey. Ohne Spaß, ey. Das ist doch das letzte Wichs-Game. Was sagt ihr denn hier schon? Ey, was für ein Aiming die hier teilweise haben. Das ist der Wahnsinn, ey. Kann ich meine Klasse ändern? Ich will nicht mit dem Scheiß-Huren-Sniper spielen. Warte, wenn ich irgendwelche Tasten drücke, kann ich das ändern. Grenade! Grenade! Boah, das ist das schlechteste Spiel, wir das gibt, ey. Was macht der denn da für eine Scheiße mit seinen Granaten, der letzte... Es sollte, es sollte einfach so ein Award geben, für, für das, äh, hier schlechteste Video der Welt. Irgendwie mit einer Million Euro, äh, hinterlegt, damit halt die Leute irgendwie was anderes machen, keine Spiele mehr programmieren. Ganz ehrlich, wieso spiele ich denn jetzt die ganze Zeit den Sniper? Boah ey, sag mal irgendeine Taste, wo ich das ändern kann. Da bin ich wieder. Alter. Ohne Spaß, da tut mir furchtbar leid, ja. Das ist die kürzeste Trashline wahrscheinlich, die wir jemals hatten. Das Spiel ist das schlechteste Spiel, was ich jemals gespielt habe. Ich sage an euch, ja, wenn einer von euch nochmal so ein Spiel vorschlägt in den Kommentaren, ja. Das kann nicht wahr sein, ja. Da platzt mir gleich die Eichel bei, weißt du. Das ist, das ist, das, das schlimmste Spiel, was wir gespielt haben bis jetzt. Das kann nix, das kann noch weniger. Das ist schlechter, ohne Spaß, selbst Wolf Team ist dagegen das World of Warcraft der, der Shooter, ey. Das World of Warcraft der Shooter, ey. Ja, ohne Spaß, Battlefield ist ein Scheiß dagegen, ja. Also ohne Spaß, desto wie Battlefield und COD derzeit stehen, so ist Wolf Team Verhältnis zu Warrock. Warrock ist einfach, weißt du, Warrock ist so schlecht. Das kannst du dir nicht geben. Übrigens, Bram, ich möchte bitte, dass wenn du das zusammenschneidest, dass du den schlechter als Wolf Team Stempel mindestens dreimal einfügst. Alter, ohne Spaß, der ist aber die ganze Zeit eingeblendet. Ne, also ganz ehrlich, Leute, das ist wirklich das absolut. Ohne Spaß, das will ich mir gar nicht mehr geben. Ja, weißt du, wir hatten ja in den letzten Wochen so viele schöne Spiele hier. Ghost Recon, da hatten wir, also unabhängig, jetzt warten wir davon, hey, klar, es sind Free-to-Play-Spieler, kann man immer sagen, ne, die kosten Geld, Pay-to-Win und so weiter. Ah ja, genau, Item-Shop, wir nochmal kurz gucken. Ja, stimmt, Item-Shop. Ja, das müssen wir noch gucken, auf jeden Fall, weißt du. Jetzt will ich nämlich nochmal kurz drüber upgrade schauen, was für Motherfucker, die sind die alle. Bargeld, Nexon-Cash. Ja, okay, wenn ich mir die kaufe. Wie lange kann ich die behalten? Ach so, 30 Tage für 7,50. Alles klar, was kostet mich 7,50? 30 Tage für 7,50 für Dinar oder für die Nexon-Cash-Dinger? Ne, äh, 7,50 Nexon-Cash, äh, für 30 Tage so einer Desert Eagle hier. So, was kostet mich, was kosten mich denn hier die, die Dinger? Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Hier gibt es aber, hier gibt es jetzt auch verwunderlicherweise keinen Button, wo ich hier direkt auf, äh, Cash kaufen gehen kann. Na, da muss man sich jetzt wieder über das absolut mega freundliche System von Nexon auf der Webseite, äh, hier durchschlagen, damit man da dann irgendwas kriegt. Ja, ganz ehrlich, ihr könnt mir mal alle die Eier lutschen, ja, das ist das schlechteste Spiel, mit Abstand das schlechteste Spiel, das wir bis jetzt hatten. Und, da schreibt auch keiner in den Kommentaren was Gutes drüber, ja? Ohne Spaß, sonst deaktiviere ich die einfach oder so, das ist mir scheißegal, ja? In dem Spiel kann man nichts Gutes finden. Das Spiel, das Spiel sieht, okay, ist älter, ja? Das Spiel sieht scheiße aus, das Spiel steuert sich scheiße, da steht Nexon hinter, der dieses Quackhack, dieses System hat, ja? Da, da ist, da, boah, ich könnte, weißt du, ohne Spaß, ich könnte gerade eben meine Festplatte kotzen. Das ist phänomenal. Und das Geilste ist, weißt du, wenn das da installiert ist, da meldet sich auch nochmal Viranti-Virus, weil der denkt, da ein Nexon-Virus ist, ja? Oh ja, auf jeden Fall. Nexon ist ein Virus, frisst sich an meinen Kopf breit. Das ist, boah, ohne Spaß, ich hab keinen Bock mehr. Weißt du, nächste Woche, 19 Uhr, ihr könnt mir mal die Eier lutschen, ne? Nexon, schlechter als ein Wulff-Team. Genau, wenn ihr mit unserer Meinung zufrieden seid, auf jeden Fall Däumchen nach oben, wenn nicht Däumchen nach unten. Und wir finden dann auf jeden Fall raus, wer den Daumen nach unten ging. Ja, echt, da kommt vorbei und fickt euch ins Knie, ey, das kann nicht wahr sein. Das ist so schlecht, das Spiel, das kann nix, ey, weißt du? Der Lademildschirm angucken, ja, oder dieses Menü. Dennis, 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 deine Nerven, schonen sie einfach. Wir sagen jetzt, bis nächste Woche, Samstagabend, wenn wieder Trashnet ist, und wir enden das ganz. Ja, schlechter als ein Wulff-Team. Schlechter als ein Wulff-Team, eindeutig, ja? Also, da gibt gar nichts gegen zu sagen. Und, ja, das war es eigentlich schon, oder? Ja, das war es auch schon. Haut rein, ihr geilen Schnittchen. Auf jeden Fall. Ich geh jetzt erstmal ein paar Vaseline ein. Ich muss jetzt erstmal kotzen. Ciao. Ciao.